In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur, was hat sie mit den FAIR-Prinzipien zu tun und wie ist es vielleicht auch für euch relevant. Hallo und herzlich willkommen zum NFDI-Podcast. Heute sprechen wir über nationale Forschungsdateninfrastruktur, kurz NFDI. Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung, organisiert durch die Wissenschaft in Deutschland. Es geht darum, Forschungsdaten so zu organisieren, dass sie für WissenschaftlerInnen leicht verfügbar, zugänglich und wiederverwendbar sind. Dabei folgen sie den sogenannten FAIR-Prinzipien. Findable, auffindbar, accessible, zugänglich, interoperable und reusable, wiederverwendbar. Und zu dem Thema habe ich einen besonderen Gast bei mir, Prof. Dr. Jörg Sure-Vetter. Herzlich willkommen, Jörg. Würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Jörg Sure-Vetter. Ich bin Direktor von NFDI und in dieser Rolle dafür verantwortlich, die Netzwerkaktivitäten vom Verein NFDI zu koordinieren. Unser Team beschäftigt sich damit, wie die Organe des Vereins gut zusammenarbeiten können, wie also insbesondere fachliche, inhaltliche Forschung zusammenkommt mit Infrastruktur und wie dann Forschungsdaten für Deutschland besser bereitgestellt werden können. Ich bin gleichzeitig Professor für angewandte Informatik mit dem Spezialthema Künstliche Intelligenz und Data Science am Karlsruher Institut für Technologie. Und meine Forschungsleidenschaft passt natürlich ganz gut zu meiner aktuellen Rolle. Also genau der Mann, den man momentan braucht quasi. KI ist mit drin, Daten sind mit drin. Vorab, wir müssen einen Begriff mal klären und zwar NFDI und du hast gesagt, es gibt einen Verein. Wo ist jetzt genau der Unterschied und was ist was? Ja, danke Matthias, das ist eine super Frage. NFDI kann zunächst als eine Initiative in Deutschland bezeichnet werden und diese Initiative besteht aus mehreren Teilen. Ein Teil ist der Aufbau eines Vereins und dessen Direktor bin ich. Dieser Verein koordiniert die Aktivitäten zum Aufbau einer NFDI, also einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Ein weiterer wesentlicher Teil ist die Förderung von 27 sogenannten Konsortien, die jeweils eine bestimmte Fachthematik zum Fokus haben. Diese geförderten Konsortien beschäftigen sich eben damit, wie in einer bestimmten Wissenschaftsdisziplin Forschungsdaten möglichst gut bereitgestellt werden. Ein Beispiel wären Daten aus der Biologie, Daten aus der Mathematik, Daten aus der Informatik natürlich auch. Und wir als Verein koordinieren die Aktivitäten in diesen 27 Konsortien. Dabei gibt es eine Besonderheit. Eines dieser Konsortien ist eben nicht fachspezifisch für einen Wissenschaftsbereich, sondern kümmert sich um Querschnittsthemen, die dann für alle anderen auch relevant sind. Damit wir den Rahmen von diesem Podcast oder dieser Podcast-Folge nicht sprengen, werden wir jetzt nicht über alle Konsortien einzeln sprechen. Aber es wäre, glaube ich, mal ganz gut, bevor wir so ein bisschen in die Tiefe gehen, einfach mal zu klären, Was ist denn jetzt eigentlich die nationale Forschungsdateninfrastruktur genau? Worum geht es da eigentlich? Wir beschäftigen uns mit einem besseren Zugang zu Forschungsdaten. Dazu hilft es, wenn sogenannte Metadaten zur Verfügung gestellt werden. Die Metadaten beschreiben, was in Daten drin ist. Das ist wie so eine Art Personalausweis für ein Forschungsdatum oder einen Forschungsdatensatz, wo man eben weiß, wie heißt dieser Forschungsdatensatz, wer hat ihn erstellt, wann wurde er erstellt. Es gibt auch weitere Daten, die darüber hinausgehen. Zum Beispiel kann man auch mitprotokollieren, welche Messfehler vielleicht schon bekannt sind für einen solchen Forschungsdatensatz. Dann wird dem Ganzen noch eine eindeutige Referenz hinzugefügt, eine sogenannte persistente Identifikationsnummer, ein PID. Und das ist dann wirklich wie ein Personalausweis. Da ist auch eine Nummer drauf, die identifiziert dich zum Beispiel eindeutig in Deutschland und sagt, wo du geboren bist, wie du heißt, wo du herkommst. Und genau das etablieren wir für Forschungsdaten und damit werden diese Forschungsdaten eben viel besser nachnutzbar. Denn in einer Forschungsarbeit werden manchmal mehrere solche Datensätze verwendet. Und wenn ich nicht genau weiß, welcher Forschungsdatensatz verwendet wurde, kann ich gar nicht nachvollziehen, wie eigentlich dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Es hilft also zum Beispiel bei der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Forscher in, sagen wir mal, in Freiburg ein Experiment mache, wie viele Leute mit der U-Bahn fahren, an wie vielen Tagen und dann habe ich eine Meta-Ebene, wo ich sage, ich habe erforscht, dass, keine Ahnung, 30 Leute am Tag mit der U-Bahn in die Richtung und 30 in die fahren, dann könntest du das quasi abrufen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen wir das Beispiel. Es würde wahrscheinlich eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Freiburg gestellt werden, wo die Stichprobe so gewählt werden müsste, dass genau die U-Bahn fahrenden Personen natürlich Teil sind und die können wir dann befragen. Und die Ergebnisse werden dann in einem Forschungsdatensatz zusammengefasst und der wird dann gemäß sogenannter FAIR-Prinzipien bereitgestellt. Das ist das Zentrum unserer Arbeit. Und dazu wird eben auch eine Verschlagwortung hinzugefügt. Das heißt zum Beispiel das Thema Mobilität wird ja hier adressiert. Das könnte man als ein Schlagwort hinzufügen. Weitere Schlagwörter wären wahrscheinlich sinnvoll. Und wenn ich dann später einen Forschungsdatensatz suche, dann suche ich wahrscheinlich nach Forschungsdatensätzen, die sich mit Mobilität beschäftigen, in dem Fall vielleicht der U-Bahn und ich habe vielleicht einen Regionalkarakter und dann würde Freiburg als Ort auch noch helfen. Also wenn ich jetzt dann, keine Ahnung, in Köln oder in Wuppertal auf die Idee käme, ich müsste auch mal was zu dem Thema erforschen und möchte Vergleichsdaten haben, dann würde ich auf diese Studie in Freiburg stoßen. Über euch? Zum Beispiel, genau. Und idealerweise steckt natürlich in diesen Metadaten alles drin, was ich brauche, um zu verstehen, was jetzt bei dieser Umfrage wichtig war. Und öffnend möchte ich gleich hinzufügen, das ist jetzt eine ganz spezielle Art von Forschung, die du erwähnt hast, ja mit Methoden aus dem sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich. Wir kümmern uns darum, dass Forschungsdaten aus allen Wissenschaftsbereichen auf diese Art und Weise möglichst gut zur Verfügung gestellt werden. Also fast egal, was drinsteht in den Daten, wir kümmern uns darum, dass eine Beschreibung jeweils angepasst an den Forschungsdatensatz erstellt wird und eben jeder auch eine eindeutige Nummer hat, sodass sie immer ganz genau weiß, das war der Forschungsdatensatz, mit dem gearbeitet wurde. So, ganz kurz noch, also ich weiß, dass Freiburg keine U-Bahn hat. Nicht, dass jetzt Leute schreiben und anrufen und Wuppertal eine Schwebebahn. So haben wir das schon mal geklärt. Du hast jetzt die FAIR-Prinzipien eben erwähnt. Was ist das im Einzelnen? Ich hatte es ja im Intro schon kurz genannt, aber vielleicht kannst du es nochmal genau sagen, weil du es auch gerade erwähnt hattest, wie es funktioniert, was das genau bedeutet. Ja, sehr gerne. In Wuppertal gab es übrigens mal einen Elefanten. In der Schwebebahn. In der Schwebebahn, genau, um die Story noch zu ergänzen. FAIR schreibt sich F-A-I-R. F wie findbar oder findable. Sorgt dafür, dass Forschungsdaten eben auffindbar sind. Mit Suchmaschinen oder anhand von Indizes, wo diese Forschungsdaten nachgewiesen sind. Dafür hilft beispielsweise die Verschlagwortung, die wir vorhin erwähnt hatten. Aber auch weitere Metadaten helfen bei der Auffindbarkeit von solchen Daten. Dann ist natürlich die Frage, wie sorge ich dafür, dass diese Metadaten dann in den Suchportalen landen. Also man muss sich das auch als Prozess vorstellen. Diese Daten werden erzeugt, dann angereichert, idealerweise automatisch und dann zur Verfügung gestellt. Danach sind sie dann hoffentlich auffindbar für alle, die damit arbeiten wollen. Oder auch damit arbeiten dürfen. Das ist noch ein anderer Aspekt. Ganz kurz an der Stelle, du sagst Suchportal. Also gibt es sowas schon oder macht ihr das auch? Also tatsächlich gibt es schon mehr als ein Suchportal, sage ich mal vorsichtig. Die meisten sind Domänen spezifisch. Das heißt, es gibt tatsächlich Institute oder Organisationen. Deren Hauptaufgabe ist es, heute schon Forschungsdaten für bestimmte Bereiche zu erschließen. Und dann einen Index über eine Suchportale oder eine Suchmaschine zur Verfügung zu stellen. Wir bauen auch solche Suchmaschinen, vielleicht auch mal irgendwann eine Zentrale. Aber wir setzen erstmal weiter unten an. Denn wenn alle Forschungsdaten gemäß der FAIR-Prinzipien bereitgestellt werden, dann können die auch über verschiedene Suchmaschinen möglicherweise gefunden werden. Wir stellen erstmal sicher, dass die grundsätzlich technisch so aufbereitet sind, dass sie über solche Suchmaschinen findbar sind. Und dann ist es oft ein kleinerer Schritt, dass sie in mindestens einer solchen Suchmaschine auch findbar sind. Okay, wir waren glaube ich, ich habe dich glaube ich gerade beim A unterbrochen. Genau, die Accessibility. Da geht es tatsächlich darum, Zugang zu geben. Und da muss man natürlich unterscheiden. Manche Daten sind einfach ganz offen, ganz im Sinne von Open Science. Und ich kann diese Daten möglicherweise, also ich finde die Daten über eine Suchmaschine, lande auf der Landingpage von dem Portal und ich lade sie einfach runter und kann sie direkt verwenden. Nun gibt es aber gute Gründe, warum manche Forschungsdaten nicht offen bereitgestellt werden. Und dann gibt es sogenannte Zugangsklassen. Und ein guter Grund sind natürlich personenbezogene Daten, die aufgrund der DSGVO-Richtlinien nicht einfach so frei zur Verfügung gestellt werden dürfen. Trotzdem ist es interessant, mit diesen Daten zu arbeiten. Und es gibt eben auch Mittel und Wege, um das zu ermöglichen. Und da geht es eben um die Accessibility. Wie kann ich den Zugang so regeln, dass auch personenbezogene Daten beforscht werden können, ohne eben die Identität der Personen, die geschützt werden muss, preiszugeben sozusagen. Und das hat oft damit zu tun, dass ich mich anmelden muss, registrieren muss. Ich muss sagen, wer ich bin. Ich muss mein Forschungsinteresse nachweisen. Ich darf diese Forschungsdaten nicht einfach so mitnehmen. Ich muss einem geschützten Raum zum Beispiel arbeiten. Und da gibt es eine große Bandbreite. Also von ganz offen bis ganz geschlossen. Da gibt es verschiedene Stufen zwischendrin. Und wir adressieren alle Stufen. Und je nachdem, wie die Forschungsdaten zu behandeln sind, werden sie dann eben zur Verfügung gestellt. Das ist Accessibility. Dann kommen wir zum nächsten Buchstaben, dem I, Interoperable. Oft habe ich ja Forschungsthemen, die interdisziplinär bearbeitet werden. Und gerade in solchen Fällen werden oft Forschungsdaten zusammengespielt aus verschiedenen Bereichen. Also ein Beispiel ist die große Herausforderung des Klimawandels. Hier forschen mehrere Forschungsbereiche weltweit. Und immer öfter forschen die auch zusammen. Also es gibt natürlich die Erdwissenschaften, die überhaupt mal Geodaten zur Verfügung stellen. Es gibt aber eben auf der anderen Seite auch gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen, die auf dem Klimawandel basieren. Wie entwickeln sich Gesellschaften weiter? Und in diesem Spannungsfeld will man oft Daten zusammenführen. Damit das gut und einfach gelingen kann, müssen diese Forschungsdaten interoperabel sein. Die Nutzung von Metadaten, wie wir am Anfang hatten, ist ein wichtiger Garant dafür. Aber es gibt weitere Garanten. Und die FAIR-Prinzipien sagen, bitte wende alles an, was du kennst, um diese Forschungsdaten jeweils möglichst interoperabel zu machen, sodass wir auch in Zukunft möglichst gut mit diesen Daten arbeiten können. Oft merke ich erst später, welche Daten ich eigentlich zusammenfügen möchte für eine neue Fragestellung. Und dann profitiere ich davon, wenn die Personen, die die Forschungsdaten erhoben haben und bereitgestellt haben, nicht nur an sich gedacht haben, sondern eben auch an einer Nachnutzung über den eigenen Bedarfsfall hinaus. Dann kommen wir schließlich zu R, Reproducibility. Das ist der Anwendungsfall, den ich vorhin schon skizziert hatte. Ich möchte Forschungsergebnisse nachvollziehbar machen und ich möchte sie sogar wiederholbar machen. Also ich möchte wissen oder ich möchte manchmal herausfinden, hat das wirklich so gestimmt, was da rausgekommen ist? Das hilft natürlich auch, um die Forschung und Wissenschaft insgesamt integer zu halten, sage ich mal. Also alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja grundsätzlich bestrebt, die richtigen Forschungsergebnisse zu erzielen und die dann auch zu veröffentlichen und nachvollziehbar zu machen. Und das ist ein weiterer Schritt, um das auch zu leisten. Und im Idealfall kann ich einen Forschungsdatensatz herunterladen. Ich habe die Beschreibung, was steckt da drin. Ich habe ein Papier, wo drin steht, wir haben das folgende Experiment mit diesen Daten gemacht und hier ist das Ergebnis und ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann im Prinzip das gleiche Experiment nochmal durchführen und komme hoffentlich zu den gleichen Ergebnissen. In the long run, also auf lange Sicht könnte man sagen, sorgt das vielleicht auch für eine gewisse Fehlertoleranz. Denn was ja etabliert wird, ist ein Feedbackzyklus. Das haben wir an ganz vielen Stellen inzwischen als Teil unserer Führungskultur, dass Feedbackzyklen gut sind und auch Fehlertoleranz und Resilienz erzeugen. Und die Nutzung der FAIR-Prinzipien ist ein Weg, um diese Resilienz auch in der Wissenschaft zu stärken. Denn andere können das nachvollziehen, finden vielleicht einen Fehler, dann kann dieser Fehler behoben werden und wir können mit den verbesserten Ergebnissen weiterarbeiten können. Wer profitiert da jetzt am meisten von? Die Forschung selber profitiert natürlich am meisten, denn die Forschungsdaten, die benötigt werden, stehen möglichst schnell zur Verfügung. Und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Ich kann sie zusammenfügen, ich kann sie nachnutzen, ich kann sie wieder und weiter verwenden. Ich habe beispielsweise auch Lizenzinformationen, was darf ich eigentlich mit diesen Forschungsdaten tun. Ich habe die rechtlichen Informationen, welche Rahmenbedingungen gelten für die Nutzung von einzelnen Forschungsdaten setzen. Und dadurch kann ich mich möglichst schnell meiner eigentlichen Forschungsfrage widmen. Und selbst wenn ich neue Forschungsdatensätze dafür verwende, die ich vorher noch nicht kannte, wird es mir schnell ermöglicht zu wissen, was kann ich tun, wie kann ich es tun. Und im Idealfall vielleicht sogar, oh, von wem sind die denn? Ich habe noch eine Rückfrage. Ich kontaktiere nochmal die Autorinnen und Autoren, weil so ganz habe ich es noch nicht verstanden, vielleicht an einer Stelle. Und kann dann alles tun, damit ich mich in meine eigene Forschungsfrage stürzen kann. Ich verstehe das jetzt von der Seite, die du sagst, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Projekt starten will, ich kann auf die ganzen Daten zugreifen. Jetzt mal von der anderen Seite gedacht, wenn ich jetzt ein tolles Experiment mache, warum soll ich die Daten zur Verfügung stellen? Was habe ich davon als Wissenschaftler? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und wir befinden uns in der Zeit eines gewissen Kulturwandels. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, also wie war denn eigentlich Forschung ganz früher? Ein Alexander von Humboldt beispielsweise oder eine Marie Curie. Die zeichneten sich dadurch aus, dass sie selber zunächst die Daten gesammelt haben oder erzeugt haben durch Experimente. Dann haben sie eine Hypothese, manchmal davor gehabt oder manchmal danach. Und die haben sie dann anhand dieser Forschungsdaten überprüft. Und dann haben sie eine Publikation geschrieben. All diese Schritte haben wir heute in verteilten Teams und weltweit. Und das ist ein wesentlicher Unterschied in der Forschung. Zudem haben wir heute sehr viele Forschungsdatensätze, auf die wir zugreifen können, die es schon gibt, die es teilweise auch schon seit sehr langer Zeit gibt. Das heißt, die Forschung hat sich deutlich weiterentwickelt. Und in dem Zusammenhang muss man halt sehen, dass es inzwischen unterschiedliche Rollen gibt. Es gibt einmal Organisationen, die tun eigentlich nichts anderes, als Forschungsdaten bereitzustellen. Das ist deren Mission, diese Forschungsdaten bereitzustellen. Auf dem anderen Ende des Spektrums sind vielleicht die Forscherinnen und Forscher, die nach wie vor Daten zunächst erzeugen in Experimenten, die sie selber verwenden. Und für die ist die Frage wahrscheinlich am relevantesten. Warum soll ich jetzt meine Forschungsdaten auch preisgeben? Und da kommen die Vorteile zum Tragen, die ich vorhin genannt habe. Also andere können diese Daten wieder und weiter verwenden. Und das wird dann interessant, wenn man auch Credits bekommt für das Wieder- und Weiterverwenden dieser Daten. Also eine Bestrebung, wo wir auch schon seit langem dran sind, ist den Reputationsmechanismus auch zu etablieren für Forschungsdaten. Und das wird auch tatsächlich mit Hilfe der Metadatenschema da und der persistenten Identifikatoren ermöglicht. Denn eigentlich ist dann ein Datensatz zitierbar, genauso wie eine Publikation zitierbar ist. In meiner Publikation einen Datensatz verwende, dann kann ich mit Hilfe von der PID und dem Metadatensatz sagen, welcher Datensatz ist das? Und dieser Datensatz bekommt dann eine Zitation. Und wenn ich eine Forscherin oder eine Forscher bin oder eine Infrastrukturperson, die vielleicht einen Forschungsdatensatz erzeugt hat, der sehr oft wiederverwendet wurde, vielleicht auch für Nobelpreise, dann ist das natürlich ein wichtiger Forschungsdatensatz. Und ich bekomme dann Credits dafür, indem die Verwendung dieses Datensatzes zitiert wurde. Insofern gibt es dann auch nicht nur den Selbstzweck des Bereitstellens, sondern man profitiert auch selber davon. Natürlich muss man am Ende des Tages sagen, ist es auch das Gemeinwohl, was davon profitiert. Das heißt, ich selber als Forscherin oder als Forscher profitiere vielleicht davon, dass andere diese Forschungsdatensätze zur Verfügung stellen. Und ich bin Teil von der Community, die das gut findet. Und dann bin ich vielleicht in einem Forschungsbereich der Ingenieurswissenschaften, profitiere dann aber irgendwann mal indirekt davon, weil jemand in der Medizin vielleicht Forschungsdaten bereitgestellt hat, die ich jetzt auf einmal kombinieren muss mit meinen. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin auch machen wollte. Wir sind heute vernetzt, wir arbeiten global, wir arbeiten in Teams und wir profitieren davon, wenn das, was wir benötigen, und in dem Fall sind das die Forschungsdaten, zur Verfügung steht. Würdest du sagen, dass das vom Konzept her vielleicht sogar besser ist, als wenn ich nur auf veröffentlichte Schriften oder Aufsätze oder Artikel in irgendwelchen Fachzeitschriften zurückgreifen kann, weil das ja wieder Interpretationen von den Ergebnissen sind, während ich nach der Methode ja direkt quasi auf die Stammdaten zugreifen kann? Ideal ist natürlich beides. Daten helfen mir natürlich, auch Dinge zu verstehen, aber in der Regel ist eine Publikation, zeichnet sich ja dadurch aus, jemand hat sich irre viel Gedanken gemacht, was könnte denn drinstecken in den Daten? Oder er hat eine Forschungsfrage und benutzt eben die Daten, um zu zeigen, dass eine Hypothese stimmt oder eben nicht stimmt, um sie zu überprüfen. Und ein Forschungspapier schreibt genau das auf, wenn es gut geschrieben ist und akzeptiert ist und alle diese guten Kriterien erfüllt. Das heißt, ich brauche eigentlich beides. In der Forschungsarbeit verstehe ich, wie ein Forschungsdatensatz für ein Thema beiträgt und wenn ich dann das verstanden habe, möchte ich das vielleicht erweitern, dieses Ergebnis. Ich möchte darauf aufbauen, ich möchte den State of the Art erweitern. Das ist ja das, was uns in der Forschung auch antreibt. Wir wollen den State of the Art erweitern. Durch die Bereitstellung der Forschungsdatensätze auf breiter Fläche erfährt das einfach die nächste Qualitätsstufe. Dann Beispiele. Gibt es schon aktuell Beispiele, wo du sagen kannst, da hat es funktioniert oder da wird schon extrem darauf zurückgegriffen? Ja, in unserem Umfeld haben wir zahlreiche Beispiele aus allen möglichen Wissenschaftsdisziplinen. Man könnte vorne anfangen, das wäre die Biodiversität mit B, ist glaube ich der erste Buchstabe. Da gibt es natürlich eine der Herausforderungen, dass die Biodiversität schrumpft und zwar signifikant. Und wir leben heute davon, dass beispielsweise auch Personen wie du und ich dazu beitragen, indem sie Naturbeobachtungen in solche Datensätze einspielen und überführen. Das heißt, dort gibt es einen Crowd-basierten Ansatz, um die Forschungsdatensätze über den Artenbestand in Deutschland und auch weltweit zu vervollständigen. Das ist eine Möglichkeit, um auf diese Datenbasis überhaupt zu kommen. Ich mache mal ein anderes Beispiel, sehr, sehr lebensnah. Im Bereich der Medizin haben wir die große Herausforderung, wie können wir denn strukturiert über die Gesamtpopulation hinweg Gesundheitsdaten nutzen und zwar datenschutzkonform, sodass wir auch die Chance haben, zum Beispiel sogenannte seltene Krankheiten zu beforschen. Wir haben in Deutschland gut 6.000 sogenannte seltene Krankheiten. Warum heißen die selten? Weil die eben nicht so oft auftreten. Es sind trotzdem tausende Personen jeweils davon betroffen. Wenn ich jetzt aber die Gesamtbevölkerung nehme und ein paar tausend Personen, die betroffen sind, dann ist das nur eine kleine Menge. Und das heißt, also um Daten zu einer solchen seltenen Krankheit erheben zu können, muss ich eigentlich genau diese Personen erwischen bei einer Stichprobe. Das geht natürlich möglicherweise, indem ich genau die befrage, die das haben. Und da muss ich die Daten aber auch nutzen können. Dann kann ich natürlich möglichst gute Aussagen über den einen Krankheitsverlauf treffen. Ich kann Therapieverfahren spezialisieren, optimieren. Ich kann auch neue Medizin darauf ausrichten. Aber im Prinzip, um wirklich 6.000 dieser seltenen Krankheiten beforschen zu können, müssen wir das eigentlich immer über die Gesamtpopulation der Bevölkerung schaffen. Da können wir nicht jede einzelne Krankheit rausziehen und nur für diese Krankheit gesondert spezifische Umfragen machen. Also würde uns wirklich helfen, wenn wir jetzt im Gesundheitsbereich weiterkommen und auch die Nutzung von Daten für diesen Zweck unter Wahrung der Datenschutzrichtlinie und natürlich unter Wahrung der Personen und persönlichen Interessen der Betroffenen, dass die so genutzt werden können. Im Industriebereich kann man auch ein Beispiel nennen. Bei Industrieunternehmen ist es ja oft so, dass die ihre Daten nicht nach außen geben wollen. Also da haben wir wieder diese Frage, wie offen sind denn eigentlich die Daten? Und da gibt es ein Beispiel. In Industrieunternehmen sind Daten natürlich erstmal innerhalb eines Unternehmens verfügbar und da manchmal auch nur geschlossene Personengruppen. und es gibt aber heute Verfahren, wie auch diese Daten nach den FAIR-Prinzipien bereitgestellt werden können. Das sind halt dann Daten, die vielleicht offen innerhalb eines Unternehmens verwendbar sind, aber eben nicht über das Unternehmen hinaus. Dann wird es natürlich total spannend, wie man dann die Brücke baut zwischen Daten, die eben entweder in anderen Unternehmen oder auch offen zur Verfügung gestellt werden und den Daten innerhalb eines Unternehmens. Und da gibt es clevere Wege und Mechanismen, um auch persistente Identifikatoren innerhalb eines Firmennetzes oder auch eines Universitätsnetzes, also eigentlich eines Organisationsnetzwerkes generell, clever zu verknüpfen mit Daten, die in anderen Kontexten zur Verfügung stehen. Auch hier hilft wieder eine PID, ein persistenter Identifikator und es hilft eine Metadatenbeschreibung. Also genau das, was die FAIR-Prinzipien für uns ausmachen. Jetzt sind Grenzen und gerade Ländergrenzen ja häufig ein Problem oder sperrig oder stehen gerade solchen Dingen im Wege. Wie ist das jetzt mit Datensätzen? Also geht man da in anderen Ländern genauso damit um oder wird es international? Ich bin ja selber Wissenschaftler und für mich ist Forschung international. Also Punkt, kann man eigentlich sagen. Wir müssen dafür sorgen, dass das auch so bleibt, denn nur dann können wir auch wirklich globale Fortschritte in der Forschung erzielen. Tatsächlich sind wir eingebunden, vor allen Dingen derzeit auf europäischer Ebene, in ein Netzwerk, was sich European Open Science Cloud oder kurz EOSC nennt. Und das Ziel der EOSC ist es, auf europäischer Ebene einen Forschungsdatenraum zu erzeugen. Und wir als NFDI haben zum Ziel, als ein nationaler Partner genau diesem Netzwerk beizutreten und dann auch Datenaustausch über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen. Und die Ländergrenzen sind in der virtuellen Welt ja manchmal gar nicht so deutlich sichtbar. Das heißt, wir haben auch heute schon Nutzerinnen und Nutzer aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland, die mit Forschungsdatensätzen, die in Deutschland erzeugt werden, neue Forschungsergebnisse erzielen. Also das ist ja schon, das ist schon Praxis. Wir wollen das aber nur noch standardisieren, strukturieren und vor allen Dingen auch in der breiten Fläche Zugang zu allen möglichen Arten von Daten ermöglichen. Stehen da, jetzt mal so ganz platt gefragt, so Sachen wie falsche Einheit, Inch oder Yards oder sowas, steht dem das im Wege oder gibt es da eine Vereinheitlichung dann auf solchen Plattformen? Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, wirken zwar sehr anschaulich, sind aber vergleichsweise einfache Beispiele, weil sie halt definiert umrechenbar sind. Aber tatsächlich gibt es wohl Kontexte, wo das auch manchmal gar nicht so einfach ist. Aber klar, ja, du hast recht. Die Internationalisierung von Forschungsdaten kann beinhalten, dass man entsprechende Formattransformationen vordenkt und bereitstellt. Ich glaube, der schwierigere Teil sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn jedes Land hat ja eigene rechtliche Bestimmungen zum Umgang auch zum Beispiel mit personenbezogenen Daten. Wir haben in Europa GDPR. Das passt erstmal ganz gut zu unserem DSGVO. Da haben wir große Vorteile, dass wir uns da in dem europäischen Raum geeinigt haben. Aber beispielsweise, wenn wir nach Asien gehen, gibt es dort wieder andere Rechtsrahmenbedingungen. Insofern ist die Nutzung von Datensätzen über Ländergrenzen hinweg im virtuellen Raum eine Frage, wo technische, rechtliche, letztlich auch finanzielle Aspekte geklärt sein müssen. Und für Europa wollen wir das mit der EOSC klären. Dann noch die Frage, du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt auch noch Konsortien. Welche Rolle spielen die jetzt bei dem Ganzen? Konsortien sind für uns der wichtige Garant, dass wir auch praxisrelevante Arbeit leisten. Die Konsortien kommen jeweils aus einer Disziplin. Wir haben vorhin schon Disziplin genannt. Und ein Konsortium hat sich zunächst damit beschäftigt, was ist die nächste große Frage für meinen Forschungsbereich, damit wirklich mit Forschungsdaten heute zeitgemäß gearbeitet werden kann. Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen aus den Kulturwissenschaften. Da geht es oft um Urheberrechtsfragen, die man klären muss. Also man kann wunderbar mit Bach- und Mozart-Daten arbeiten, weil die inzwischen lizenzfrei sind. Aber wenn sie jetzt mit aktueller zeitgenössischer Kunst arbeiten wollen, haben sie da oder hättest du ein ganz anderes Problem an der Stelle. Und das heißt, jeder Fachbereich, jeder Wissenschaftsbereich war aufgerufen, die wichtigsten Fragen zu identifizieren und diese dann in ein Arbeitsprogramm zu überführen. Und in NFDI bringen wir eben all diese Fragestellungen zusammen. Wir schauen, wo überlappen sich diese Fragestellungen und wo können wir auch eine Infrastruktur schaffen, die viele, möglichst viele dieser Bereiche gleichzeitig unterstützt. Das sind die sogenannten Querschnittsthemen beziehungsweise auch Basisdienste, die wir dann aufbauen, die dann nachgenutzt werden können. Bevor wir den Ausblick in die Zukunft machen, noch kurz die Frage, was sind so die größten Herausforderungen aktuell für euch? Die größte Herausforderung für uns als Netzwerk derzeit ist es, eine Finanzierung ab 29 zu bekommen. Wir sind derzeit gefördert über eine Bund-Länder-Finanzierung bis 28. Das war ein sehr guter Aufbauzeitraum und jetzt gerade sind wir in dem politischen Willensbildungsprozess, um auch die Finanzierung ab 29 hoffentlich sicherzustellen. Das ist sicherlich gerade eine der größten Herausforderungen politisch, inhaltlich, wissenschaftlicher, finanzieller Natur, genau gesagt. Auf der inhaltlichen Ebene ist eine der großen Herausforderungen, wie können wir diese Basisdienste in der Breite aufbauen und dann auch betreiben. Wir haben ganz aktuell, haben wir jetzt neun geförderte Basisdienste, die sich jeweils einzelne Aspekte herausgreifen, zum Beispiel die persistenten Identifikatoren für alle einfach zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel ein Identitätsmanagement, damit ich mich mit meinem eigenen Login bei allen möglichen Datendiensten, die ich jetzt brauchen kann aus NFDI, mich auch einfach anmelden kann. Diese Dienste bauen wir gerade auf und die müssen wir dann auch in eine breite betriebliche Praxis überführen. Da stecken wir auch gerade mittendrin, das ist sicherlich auch eine der großen technischen Herausforderungen. Kurzer Ausblick in die Zukunft, also ich frage jetzt nicht, wo siehst du dich persönlich oder NFDI in fünf Jahren, aber was ist so, gerade jetzt in Zeiten von KI, wo ja ganz viele Sachen kaum noch absehbar sind, wie schnell sie sich entwickeln, wie geht es da jetzt weiter, was sind so die nächsten großen Schritte, die da kommen können oder könnten? Das ist eine der ganz spannenden Fragen. Ich glaube, dass in der Wissenschaft die Anwendung von großen Sprachmodellen inzwischen auch Wirkung entfaltet. Ich habe gerade ein Beispiel gesehen, wo in der Krebsmedizin ein Sprachmodell mit entsprechenden Texten gefüttert wurde, sodass das Modell danach in der Lage war, verifizierte Antworten zu geben. Also verifiziert im Sinne von das Halluzinieren, was große Sprachmodelle in anderen Kontexten mit bekannten Chatbots beispielsweise haben, dass das eben ausgeschlossen wird, damit keine Falschantwort kommt. Denn wenn ich mich beschäftigen möchte damit, was diese Krankheit beispielsweise für mich oder Angehörige bedeutet, dann kann eine Fehlinformation natürlich drastisch sein. Das heißt, dort hat man eines dieser Probleme in den Brief bekommen. Was wir nun mit NFDI aufbauen, ist eine Infrastruktur für sehr viele unterschiedliche Daten jenseits von Text. Und es ist ein noch ungelöstes wissenschaftliches Problem, wie eigentlich große KI-Modelle multimodal und multilingual davon profitieren, dass auch unterschiedliche Datenformen existieren. Das ist für uns eine der ganz großen interessanten Fragestellungen für die Zukunft. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest zu dem ganzen Themenkomplex, wo ich vielleicht noch keine Frage zugestellt habe oder was dir noch auf dem Herzen liegt? NFDI lebt von dem Engagement vieler, vieler Beteiligter und das ist meine große Chance, ein herzliches Dankeschön an die gesamte Community zu sagen. Wunderbares Schlusswort und ein faszinierender Einblick in die Welt der nationalen Forschungsdateninfrastruktur und die Rolle, die sie für die Wissenschaft spielt. Vielen Dank, Prof. Dr. Jörg-Sure-Feder, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mehr über diese zukunftsweisende Initiative zu erzählen. Wenn Sie mehr über die nationale Forschungsdateninfrastruktur erfahren wollen, finden Sie weitere Informationen in den Shownotes dieser Episode. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und bis dahin auf Wiederhören. Vielen Dank.